Die Stadt der Schnecken Die Stadt der Schnecken Die Stadt der Schnecken Die Stadt der Schnecken Canole ist heute dank des traditionellen Schneckenfestes, der Festa della Municetta, sehr bekannt. Es ist das wichtigste italienische Volksfest der essbaren Schnecken in der gastronomischen mediterranen Tradition, sodass die Bewohner von Canole sogar Guzzari genannt werden, denn die Schnecken heissen in der hiesigen Mundart Koze.